Oh, hi. Hi. Ich bin Jakob. Ich bin Bluise. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Bluise und ich wollten gerade ein paar Diagnosen stellen. Habt ihr Lust? Ah, cool. Na dann kommt mal mit. Hey, wollt ihr hier hin? Zum Hausarzt? Sagt mal alle Hausarzt. Hausarzt. Nein, hier wollen wir nicht hin. Beim Hausarzt ist es langweilig. Kommt weiter. Wollt ihr hier hin? In die Radiologie? Nein. Aber in der Radiologie werden Fotos gemacht, aber von innen. Oh. Ist mir egal, was ihr denkt. Wir gehen da jetzt rein. Kommt mit. Denn das hier ist unsere Freundin, Dr. Aura Explorer. Hi. Dr. Auras Job ist es, Fotos zu machen. Und dafür bekommt sie einen riesen Gehaltscheck. Sagt mal alle Knete. Knete. Sagt mal alle Unfair. Unfair. Hey Kinder, schaut mal ein Röntgenbild. Auf diesem Röntgenbild hat sich ein Tumor versteckt. Ein Hinweis, ein Hinweis. Was? Meine neue Frisur ist heiß? Nein. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ah, da. Könnt ihr den Tumor sehen? Natürlich kennt ihr das. Da ist er. You did it. Hooray. 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 Ich glaube, der Krebs will uns etwas mitteilen, Kinder. Hallo, ich bin Kerzer, der Krebs. Krebs means Kerzer. Und jetzt alle. Sie haben eine Raumforderung. Sie haben eine Raumforderung. Sie haben eine Raumforderung. Und das ist ganz schön blöd. Für Sie. Also, entschuldigen Sie mal, ja? Ich dachte, das ist hier eine Kindersendung. Finden Sie das nicht ein bisschen pietätlos? Ja. Was bedeutet das? Und überhaupt, sollen die nicht alle was dabei lernen? Nein. Ja. Okay, Sie haben recht. Lasst uns rückwärts zählen lernen. Sie haben nur noch drei Monate zu leben. Zählt mit. Drei. Zwei. Eins. Trauma. Bز Marsch. Bis zum Schluss. Tahne. Der Urge. Ja.